und wir spielen jetzt nuncha angriff conquest die frage ist wo ich mich gerade rein das kann ja nicht sein dass die anderen drei drei punkte mindestens einnehmen und wir bei uns mal maximal einer halb so ich warte nur auf dich so ein alter das kann nicht wahr sein ja zwei tonen gehen schon mal aufs gute konto von ihr ich möchte ich möchte anerkennung dass ich mich geopfert habe damit du den anerkennung für was für nichts tun bis sterben boah hier geht grad voll die action ab ey oh fuck das sind lauter sniper da oben da oben gammelt ein gott von der scheiß drohung her bei denen das kann nicht wahr sein dass der jetzt nicht gestorben ist das war auch so schlecht und ich bin schon tot und die runde wird gleich rausgeschnitten ja hallo wo habe ich den weg gesnackt alter da muss ich mich jetzt gleich mal selber loben das kann nicht warum bin ich nicht rechts und wo eingelaufen das ist das sind immer noch so leichtsens fehler in dem spiel du bist hier oder sind bot das ist nicht gut zwei boote verziehe ich bleib bloß weg von mir ich bin schon mal das machst du natürlich du spawnst hier oder natürlich das war so klar ich habe das fahrzeug ausgeschaltet du weißt dass es zwei boote sind eins ist weg schau her oh da ist einer ich habe durch dich den gegner getötet ich habe durch dich durchgeschossen ich habe mich nicht einen einzigen schuss getroffen auch da hinten ist er ach verdammt hinten ist ja auch offen ich habe mich jetzt so sicher gefühlt oder ich hörst du ihn der hat sogar gerade mit seinen scheinwerfer hier eingeblendet ich bin doch nicht mehr der gleiche er kommt dir mal raus Jaroslav naja Jaroslav du idiot alter dich hat er jetzt gesehen da kommt er jawohl ich habe ihn ja und er hat uns jetzt natürlich alle geraten mit der shorty nicht dein ernst ach Jaroslav ja ich sehe es weil der Jaroslav hat sich im Eck versteckt ey wenn du das hörst Jaroslav du bist eine feige Ratte ja jetzt haben wir außen ein Boot das kann man rauslatschen die kleine schnittchen alle jawohl das war meine oh da ist noch eine hmm Hovercraft ist gerade losgefangen ich fährt gerade außen rum ja ich sehe es oh ist down ist down sehr schön ja alles klar so habe ich Ibarney den habe ich doch vorhin schon mal gekillt jetzt haben wir immer einen Hovercraft oh jemand anders ist eingestiegen schade ach du bist eh tot ja naja hab mich gekillt mit zwei Schuss ja willst du jetzt einsteigen Jaroslav ne gut 6,50 ich mach mal zu 11 das ist genau unsere Rolle wir sind alle an dem einen gleichen Punkt wir werden die zum Beispiel der A annehmen hinter dir war einer gestatten hinter mir echt? ja jetzt nicht mehr jetzt haben wir das auch man ich lauf hier immer zu pumpen Hovercraft ja Hovercraft der Kerl schon scheiße zur Alpha hätte ich jetzt fast behauptet aber der hat es schon willst du mich verarschen ich war voll drauf ich lauf zu F oder ich geh Richtung äh G D liebe Zuschauer das habt ihr gerade alle gesehen ich hab den voll getroffen und das hat nichts gemacht Aua wir haben uns auf die Schaden wir haben uns auf die Schaden wir haben uns auf die Schaden vor den Türen wow die Stimmen gerade auf C auch Aua über den Aua über den wow das Mordziele aber ziemlich gerade und die Feste Ihrer Stellung ist feinliches tot die haben wir sind alle rechts von uns auch eine achtung ich war noch keine zwei schuss oder ich hab dich gewarnt ja ich habe den auch gesehen aber ich habe geschossen da hat er auch schon schlossen und für mich saß so aus aber na ja und du schnittchen du bist es doch auch ja ich will es auch so eine militärische premium vorbereitung war das von mir und dann kommt da einfach so ein rambo angedaggelt ja ja komm es kann doch nicht sein so schlecht kann ich doch gar nicht zielen und da kommt noch einer noch ein angedaggelt das war knapp der ok werde ich gerade alleine jawoll zerstört geil der kerl ist aber ausgestiegen oder er ist ich habe einen angedaggelt was der andere gemacht hat keine ahnung dass da noch einer da war das sind ganz viele auf c kommen über die brücke auf c du meinst bei d ich meine zu c zu ach ich liebe meinen schalldämpfer der der sehr schön zu wissen ich habe die ganze zeit auch schon ein bisschen lex ich kann mir auch nicht genau sagen wie weit ihr kommt der wo ist denn der hä plötzlich von hinten oh mann ey ah fuck so ein bastard da unten war der scheiße da ist immer noch einer auf dem haus richtig jawohl ich habe ihn gekillt mit der small nice ist der immer noch auf dem haus da oben absolut keine ahnung ich versuche gerade versucht drauf zu springen aber ich komme irgendwo raus ich glaube fast nicht ok die sind auf dem anderen im anderen haus ja hier oben ist niemand mehr jawohl schon wieder mit der small nochmal einer ich habe nie mit ich habe jetzt spiel es gerade das erste mal mit der small und jetzt finde ich es echt geil muss ich sagen aber die spornen immer nach irgend seinen nur die mann legt doch mal muni ab mann ach muni mann do your fucking job hallo muni man muni man muni man ja muni man muni man nein ich spring vor dir du möchtest keine munition ablegen nein das wirst du nicht du bist gut fürs team ironman 1701 du hast muni aber alter der ist sowas von schwer vom begriff das ist ja unfassbar er hat nur 10 er hat hier was oh er hat endlich dankeschön recht scheint auch zu kommen ich habe einen gebild hinter mir er hat sich gerade mit dem scheiß helikopter geschnappt er ist wieder raus gestiegen oder was auch immer da gerade passiert ist absolut keinen plan mhm da rechts ist einer hast du ihn gesehen er ist im haus hab ihn ist so langweilig ich wollte gerade eine granate reinwerfen oh oh what the fuck ich wurde von einem hovercraft überwollt ich sehe das gerade schon nice nie zählt bin bei dir oh fuck wo ist der double kill nice oh da ist noch einer wo ist der da fuck von hinten von hinten von hinten ich habe keine muni gerade ausgeweht um irgendwas zu tun wo ist der kerl der ist tot also der was mich gerade gekillt hat auf jeden fall ach so jadoslav hat sich geopfert ach gott ey das ist doch scheiße wenn der sich duckt dass du den dann nicht mehr treffen kannst das gibt es doch gar nicht wenn der sich unerwartet wenn der sich duckt durch den das kann nicht sein alter was 78 müsst du mich verarschen achso der da ah fuck oh das ist nicht gut fuck aktuell ist eh egal wo du spawnst glaube ich 19,19 aktuell ist immer ein weiter vorne 16,19 ist gut aber die frage ist wo es bauen geht da sind die frage ist auch gott sei dank bin bei dir fuck 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 wir gewinnen 4-3 ja wohl saugeil das haben wir doch oder ja geil solche matches lief ich man die ganz knapp ausgehen ja da wir vor allem waren wir doch ziemlich krass hinten gelegen eigentlich oder ja glaube schon ja karabine ich habe einen freigeschaltet ein oder ich habe natürlich wieder vergessen meinen boost zu aktivieren ich habe noch aber ich hatte glaube ich auch noch aber nur ganz wenig glaube ich oder aber ich habe auch nicht mehr naja wir werden es auch nicht mehr gut gut 26,13 kann man lassen ja 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 ja